Und da wären wir. Die göttliche Gesellschaft. Komische Typen. Check. Hübscher Ort. Check. Und der Typ da oben rechts kann uns ja bestimmt helfen. Deswegen gehen wir direkt zu dem komischen Typen hier und quatschen mit diesem komischen Typen. Hallo komischer Typ. Kannst du mir helfen komischer Typ. Ist das Yoda? Definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcome you are. To introduce myself I shall. I am the green grand mystic. The green grand mystic? Himself? This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you I am. Schauen wir uns diese komische mystische Müstheit mal an. Uh, Chemie-Erfahrung. Macht ihn total verdächtig. We should like to take a look around. To immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. Hmm. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatifies in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Green grand mystic. We are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our lord, our god king? Uh, so vielleicht? Our god king's name is Triwan. Green grand mystic. Oh la. Good, good. I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. Uh, but of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Hmm, we visited Kew Gardens and we found your symbols on their flowerpots. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refluse. It would not surprise me. It was merely an observation. Well, we will leave you to your meditation. Hmm. So, mit dem Guru haben wir kommuniziert. Der ist ganz komisch. Der hat irgendwie zu viel Star rausgeguckt. Ich habe das Gefühl, er ist verwandt mit einem kleinen grünen Jedi. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier irgendwas. Oh, ich sehe was. Topfscherbe. Topfscherben. Oh, oh, oh. Etwas Verstecktes. Interessant. Genau der gleiche. The Kew Gardens Symbol. Hä? Fragments of a flowerpots. A fragment of a flowerpots. Okay, ähm. Was soll das? Ich bin hier voll auf Droge. Hm. Das ist ziemlich lecker. Und von exzellenten Qualität. Meine Worte, Holmes. Der Sap ist wie eine Form von Kokain. Yay. Kein Wunder sind die hier alle auf Droge und so komisch drauf und machen einen auf Yoda. Das hat alles mit diesem rohen Saft zu tun. Was ist das hier, komischer Vogel? Was bist du für ein komischer Typ? Dann mach mal. Wo ist das? Und da ist das. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Was haben wir hier denn Spannendes? Okay. Das sind hier alles die oberkrassen Junkies. Womit haben wir es hier zu tun? Mit Junkies? Mit abhängigen... Das macht sie natürlich verdächtig. Diese Substanz ist ein Alkaloid. Das gleiche, wie in der Bottle, die wir in den Bösen in Kew Gardens gefunden haben. Eine große Menge Opium. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind irgendwelche komischen Junkies. Die einfach nur enttäuscht sind. Weil sie irgendwelche Probleme haben. Und irgendwelche Blümchen wieder haben wollten. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den deshalb umbringen. Katerpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Aha. Okay. Nehmen wir Raupen mit. Aber die kennen wir doch. Die haben wir doch gesehen. Okay. Dann halt nicht. Vom einen Käfig zum nächsten. Nichts Interessantes zu finden. Warum lässt uns dann das Spiel dann jeden Drecks... Käfig öffnen? Nein, mach die Käfigstür auf. Alter, die sind ja alle unwichtig. Was soll denn das? Jetzt kommt die Oberpflanze der Oberpflanzen. Und die ist da natürlich wichtig. Ah klar. I shall take them. Nimm sie mit. Steck sie in die Hosentasche und... Geh ganz heimlich damit wieder raus. Natürlich. Wir sollen mit Pflanzen experimentieren. Okay. Perfekt, Watson. Wir können unser Experiment beginnen. Alles klar. Das müssen wir dann wahrscheinlich daheim machen. Analysieren. Und erfragen es. Äh, erfragen. Deswegen gehen wir noch mal kurz zu diesem Guru erfragen. Nämlich, warum die Töpfe da sind. Und dann gehen wir wieder. Das interessiert mich jetzt. Warum haben die Töpfe von Q Gardens... Warum hat Q Gardens Töpfe von denen? Die illegalen Topfdealer. Haha. Oh man. Hör doch auf zu lügen. Ach verdammt. Ja, okay. Wählen sie die richtigen. Ja, okay. Wir wählen die richtige Antwort aus. Nicht wertvoll. Nicht wertvoll. Gut. Hä? Hast du... Nein. Nicht wertvoll. Wir hatten... Das schon. Das schon. Alter. Was? Willst du mich jetzt verarschen? Die Chemikalienflasche oder was? Nee. Hä? Ich bin zu blöd für ein Gespräch. Nein. Nicht wertvoll. Okay. Q Gardens Symbol. Hat ich doch... Was? Wir haben gesehen. Wir haben hier die Kuhgarten's flowerpots in Ihre Yard. Wie können Sie da sein? Was? 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 Those plants were ours, they had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us three of our sisters for the exhibition at his greenfly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So if you stole those rare plants from them, then it means, ah, I get it, bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our three plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Well, we will leave you to... Then kombinieren wir jetzt noch diesen Hinweis hier. Okay, wir haben hier noch diesen Hinweis. Die gehört, ich gesagt, stahl alle Pflanzen, auch die Trillin. Sie können sie nicht eigentlich sagen... Gehen wir mal in diese Richtung, dass sie nur teilweise Pflanzen geklaut haben. Aber jetzt experimentieren wir erstmal mit den Pflanzen. Gehen dafür wieder nach Hause in die Baker Street. Und ja, wir sehen uns dann in der Baker Street in der nächsten Folge. Bis dann und ciao. Ciao. Ciao.